Willkommen zurück beim Goldpriester, wir schauen uns heute mal das Liquidatorin-Event an, das läuft jetzt glaube ich noch 5 Tage, da hört ihr jetzt mal meine Meinung dazu und was man sich alles im Prinzip hier freispielen konnte, das schauen wir uns jetzt auch noch an. So Leute, bevor wir gleich in das Video jetzt reingehen, denkt daran auch eine Videobewertung darzulassen, das hilft mir auf jeden Fall immer weiter, viele vergessen das nämlich manchmal, wenn es zu viele Fakten gibt. Und falls ihr jetzt noch kein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr das natürlich gerne machen, falls euch weitere Videos zu Battlefield 2042 und vielleicht zum nächsten Teil interessieren, beziehungsweise zu Modern Warfare 2. Viele haben das Event jetzt schon wieder schlecht geredet, beziehungsweise gesagt, das ist der letzte Müll. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht und immerhin ist es das größte Event, was wir seit Belfit 1 jetzt in der letzten Zeit überhaupt wieder bekommen haben. In Belfit 1 war das Road to Belfit 5 und da schauen wir uns dann später nochmal genauer an, was das konkret im Einzelnen alles dort gegeben hat, aber jetzt schauen wir uns mal hier die ganzen Belohnungen an. So das Event-Menü war zum Anfang etwas buggy gewesen, hat es die Belohnung nicht richtig reingeladen, da hat man sich einfach neu eingeloggt, dann ging es danach. So die erste Belohnung ist jetzt folgende und zwar bekommt ihr da eine neue Spielerkarte, der Schild. Und zwar musstet ihr euch jetzt hier für diese Hintergrundkarte, der Schild, insgesamt 10 Ordensband erspielen und dabei spielt es jetzt keine Rolle, welches Ordensband. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund, dass es einmal Dose abgebildet mit diesen komischen Flüssigkeitssachen im Hintergrund. Danach geht es weiter mit dem neuen Waffenskin für die AM40 und zwar kinetisches Kaliber. Dafür braucht ihr jetzt hier insgesamt 30 Ordensbander, das ist jetzt hier so ein weißer Skin mit diesem roten Schattenmarktsymbol und an der Seite sind jetzt hier auch weitere rote Applikationen. Dann gab es noch einen neuen Waffenanhänger und zwar Putzkolonne. Ganz am Anfang war das so gewesen, eigentlich hat man den nur bekommen, wenn man sich jetzt bei diesem Newsletter angemeldet hat. Aber ich glaube, das haben die im Nachhinein geändert und zwar, wenn ihr euch jetzt in der ersten Woche einmal eingeloggt habt, habt ihr das Instant für free bekommen. Die zweitgrößte Belohnung ist jetzt hier eine neue Soldatenuniform für den Doser und zwar ist die Abrus Crew und dafür müsst ihr insgesamt 60 Ordensbander euch erspielen. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ihr jetzt hier nur für den Doser einen kostenlosen bereitstellen. Die ganzen anderen sind in diesen Pätsbandl enthalten, die schauen wir uns dann später auch noch an. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, Liquidatoren, das hast du doch schon mal gehört und jetzt habe ich gerade eben die Quelle gefunden. Das werde ich dann aber erst später mit ins Video einbinden. Jetzt schauen wir uns erstmal die letzte Belohnung an. So, die letzte Belohnung, die ihr euch jetzt hier noch erspielen könnt, ist ein neuer Fahrzeugskin für den amerikanischen Panzer. Da heißt jetzt hier Trojanisches Pferd und dafür braucht ihr insgesamt 100 Ordensbander. Da habt ihr jetzt hier wieder diese markanten Totenschüttel, die zum Event gehören. Ansonsten sieht der Skin jetzt so mittelmäßig aus. Also vom Hocker haut er mich jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt. Genau, ein Item könntet ihr euch nämlich noch im In-Game-Store abholen. Das war hier für die AK-24 ein neuer Skin, der heißt Ständiger Drill. Da habt ihr jetzt hier auch wieder dieses bekannte Weiß, was man von diesen anderen Items schon kennt. Und dann auch wieder das rote Schwarzmark-Symbol. Es gab dann noch zwei weitere Items und zwar einmal einen universellen Waffenskin, Miasma. Den habt ihr bekommen, wenn ihr euch, wie gesagt, einmal eingeloggt habt. Das sieht man jetzt hier am Beispiel von der AK-24 oder jetzt hier von der Avensis. In der zweiten Woche gab es dann auch noch eine kostenlose Belohnung und zwar eine neue Kopfbedeckung für den McKay-Staubeschild. Das ist jetzt hier so komplett in Weiß gehalten. Wenn man das natürlich jetzt mit anderen Outfits kombiniert, die jetzt nicht weiß sind, sieht das ein bisschen komisch aus, weil sie jetzt hier den Walz weiß gemacht haben und den Rest dann nicht mehr. Den habt ihr übrigens fürs Einloggen bekommen. So, und das waren jetzt alle kostenlosen Items. Die anderen Items gab es nur in den Shop-Bundles und da schauen wir jetzt eben auch noch rein. Die meisten Items gibt es leider noch in diesen Echtgeld-Bundles. Das geht jetzt hier los mit Alles sicher. Da habt ihr jetzt hier einen neuen Anwaffenanhänger desinfiziert. Dann gibt es eine neue Hintergrundkarte Übertragen. Dann gibt es eine neue Uniform für Maria Falk. Desinfektionsmittel. Also die finde ich jetzt zum Beispiel vom Aussehen her gar nicht mal so schlecht. Gerade bei Maria Falk gibt es nämlich gar nicht so viele Uniformen. Dann geht es weiter mit einem Eirich. Der hat jetzt hier Machtprojektionen. Der hat jetzt hier wieder dasselbe Muster. Dann haben wir jetzt hier noch einen neuen Fahrzeugskin für die Wildcat-Abnutzung. Den finde ich jetzt nicht so gut. Das letzte Item ist jetzt hier wieder eine neue Erkennungsmarke. Und zwar Packen und Zerschmettern. Das seht ihr jetzt hier. Das ist so ein Schlagring. Dann kommt jetzt Einsatz am Morgen. Das sind jetzt hier sechs Items enthalten. Das beginnt jetzt hier mit einem neuen Skin für Pyke Soborg. Das ist jetzt hier wieder dieser weiße Skin, den wir auch bereits schon für Doser kostenlos bekommen haben. Der liegt dazu. Den gab es ja bereits schon vor circa drei oder vier Wochen. Dann kommt jetzt ein neuer Waffenskin für die DM7 abgetrennt. Das ist jetzt hier auch wieder komplett weiß mit diesen roten Items. Danach kommt jetzt ein neuer Fahrzeugskin für den Rahmenrisikogebiet. Da hatte man erst gedacht, der wäre kostenlos. Aber leider nein. Der ist jetzt hier nur in diesem Bundle enthalten. Danach gibt es eine neue Hintergrundgrade, Fadenkreuz. Dann einen neuen Waffenanhänger Legion. Und dann gibt es wieder ein neuer Erkennungsmarke, Rückgrat und Klinge. So, das vorletzte Bundle ist jetzt hier instinktiv. Da gibt es jetzt hier wieder sechs Items. Das beginnt jetzt hier mit einem Kasper entferntes Drogbild. Auch wieder in dieses komplette weiß, was wir bereits schon kennen. Der zweite Skin ist jetzt hier ein neuer Waffenskin für die MTB50, Skalpell. Danach folgt wieder ein neuer Fahrzeugskin für den Horroren Chirurgen Stahl. Und als nächstes kommt jetzt wieder eine neue Hintergrundkarte, eine Insel. Danach gibt es wieder einen neuen Fahrzeugskin für den Nightbird, diesmal weißer Anstrich. Und als nächstes gibt es jetzt wieder eine neue Erkennungsmarke anonymisiert. Das Hauptbandle heißt keine Sporen hinterlassen. Das beginnt jetzt hier mit einem neuen Skin für den Rau. Das heißt gefährlich. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Aber man hat jetzt wirklich gedacht, im Vorfeld bei diesen geleakten Sachen, dass man das bei diesem Event erspielen kann. Ist aber leider nicht so. Beim zweiten Skin geht es jetzt weiter mit Liz. Der heißt Explosionsstoff. Der sieht jetzt auch ganz okay aus. Ich finde, der passt relativ gut zu Liz. Danach gibt es einen neuen Fahrzeugskin. Alles sicher für den Hovercraft. Die neue Hintergrundkarte eingesperrt passt sehr gut zum Event. Leider auch nur in diesem Paidbandle enthalten. Danach gibt es einen neuen Waffenskin für die G57 ausschließen. Auch hier gibt es wieder einen neuen Waffenanhänger. Und zwar nachbarschaftlich. Und dann gibt es jetzt hier auch wieder eine neue Erkennungsmarke. Und zwar verbrannte Quelle. Ich habe dieses Wort Liquidatoren doch schon mal gehört. Und zwar bei der Tschernobyl-Katastrophe. Und da habe ich jetzt mal eben bei Wikipedia nachgeschaut. Und siehe da, das war wirklich so gewesen. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Und zwar, wo die Tschernobyl-Katastrophe stattgefunden hat, haben sie danach relativ viel Freiwillige gesucht. Oder ich weiß gar nicht, ob sie die sogar dazu gezwungen haben. Und zwar ging es darum, diesen Schutt von diesen Gebäuden abzutragen. Und dort halt so wie so eine Reinigung durchzuführen. Hier sieht man jetzt mal so ein Bild von so einem Liquidator. Und das heißt auf Deutsch Abwickler oder Beseitiger. Es gibt sogar eine Erkennungsmarke. Die haben die für diese Liquidatorenarbeit bekommen. Aber nicht alle. Und zusätzlich zu dieser Erkennungsmarke gab es noch 100 Rubel. Und einige haben, wie gesagt, gar nichts bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Man setzt dort sein Leben aufs Spiel und bekommt da noch nicht mal was dafür. Hier steht jetzt übrigens noch in der Beschreibung drin. Sie durften wegen der Strahlung nur 40 Sekunden aufs Dach, haben dort eine Schaufel Schutt heruntergetragen und sind danach sofort wieder zurückgerannt. Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sich da jetzt bei diesen Tschernobyl-Sachen da was abgeschaut hat, wie die ausgesehen haben, die Liquidatoren. Und dass die da ein bisschen wahrscheinlich das Event darauf aufgebaut haben. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Also ich finde, das Event jetzt gar nicht mal so schlecht. Im Endeffekt hatten wir bisher noch gar kein richtiges Event in Battlefield. Ich kann mich, wie gesagt, nur an Battlefield 1-Zeiten erinnern, wo es Road to Battlefield 5 gegeben hat. Da schauen wir eben mal rein, wie das dort ausgesehen hat. Auf jeden Fall muss ich sagen, dadurch, dass es halt hier ein extra spezielles Ingame-Menü dafür gegeben hat, was separat zum Season Pass gelaufen ist, fand ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, in Fortnite oder bei COD gibt es ja öfters mal so eine Events. Aber in Battlefield hat sowas in der Art eigentlich noch nicht gegeben. Nur in Battlefield 1 und zwar Road to Battlefield 5. Und da habe ich jetzt eben gerade mal aus dem Archiv einige Bilder mal rausgesucht. Das ging über mehrere Stages. Das ging mit Stage 1 los bis Stage 3. Und da konntet ihr euch jetzt in Battlefield 1 und Battlefield 4 Belohnungen für Battlefield 1 und Battlefield 5 freischalten. Das waren jetzt hier zum Beispiel XP-Boost, neue Waffenskins, direkt eine neue Nahkampfwaffe gab es sogar auch. Dann gab es neue Fahrzeugskins, Doctags, also Erkennungsmarken. Also ihr seht, da hat uns einiges Dice geboten. Ja und die Waffenskins sahen jetzt auch nicht schlecht aus. Ich habe jetzt hier mal ein größeres Bild gefunden bei diesem Mini-Forscherbild. Dann sieht man es ja nicht so gut. Und da seht ihr schon, das war jetzt hier so ein goldener Waffenskin. Dann gab es noch eine Soldatenuniform, die sah jetzt auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das Road to Battlefield 5 Event ging sogar über mehrere Monate. Hier sehen wir jetzt mal Stufe 2. Da sehen wir jetzt hier auch wieder XP-Boost. Dann gab es eine neue Nachkampfwaffe. Dann gab es jetzt für Battlefield 5 einen kompletten neuen Waffenskin. Dann gab es einen Fahrzeugskin. Dann gab es wieder neue Erkennungsmarken und einen Haufen neue Waffenskins halt. Hier sehen wir jetzt Stufe 3. Das war glaube ich die letzte Stufe, die man erreichen konnte oder wo das Event dann halt beendet wurde. Und da seht ihr jetzt mal hier eine hochauflösende Qualität, was man jetzt hier alles bekommen hat. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, dass jetzt aktuell wieder alle das Liquidatoren-Event schlecht reden oder negativ reden. Also für Battlefield-Verhältnisse ist das Event jetzt gar nicht mal so schlecht. Natürlich kann es noch besser gehen. Und im aktuellen Zustand ist natürlich Dice ganz schön angeschlagen, sage ich mal. Aber es bessert sich jetzt schon. Ihr könnt gerne mal in den Kommentarbereich reinschreiben, wie ihr das Event fandet. Also ich fand es wie gesagt ganz gut. Und diese ganz kleinen Maps ohne Fahrzeuge sind jetzt auch nicht schlecht gewesen. Natürlich sind da jetzt auch einige Maps dabei gewesen, die jetzt vom Mapaufbau trotzdem nicht so gut gewesen sind. Wie zum Beispiel Kaspische Grenze hat sich jetzt nicht so gut gemacht. Da musste man relativ weit zum nächsten Objekt laufen. Aber ansonsten fand ich das jetzt wie gesagt von den ganzen Karten auch nicht so schlecht gemacht. Was auch ein sehr großer Vorteil bei diesem Event war, dass man keine Kills oder sowas braucht. Es gibt ja diese Odensblender, wo ihr zum Beispiel nur mit dem Kaspers an der Drohne sichten könnt und dafür die Odensblender dann gut geschrieben bekommt. Das habe ich dann vor allem eine längere Zeit auch gemacht, wo ich dann gar keine richtige Lust mehr auf Kills hatte oder wo ich dann schon längere Zeit gespielt hatte. Und gesagt habe, ich will jetzt hier ein bisschen chillen und will gleichzeitig aber noch ein paar EP machen und das Event abschließen. Das habe ich für euch nämlich jetzt hier mal zusammengeschnitten. Deswegen, gerade wer jetzt über das Event meckert, hat das wahrscheinlich gar nicht so richtig gespielt. Beziehungsweise spielt eh schon ein anderes Game. Ich habe jetzt für euch hier mal dieses mit dem Kaspers zusammen geschnitten, dass ihr mal versteht, was ich meine. Und da habe ich auch mal den Vergleich zu Battlefield 4 gezogen, zum Commander World. Okay Leute, wir hören uns dann im nächsten Video jetzt noch viel Spaß mit dem Gameplay. Mit den Sichten, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Gerade wenn man jetzt, sag ich mal, schon eine längere Zeit gespielt hat. Und man will jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, so viele Kills machen oder so viel rumlaufen. Deswegen, da ist es mit dem Kaspers gar nicht mehr so schlecht, einfach mal mit der Drohne ein paar Leute zu sichten. Und wenn die dann abgeschossen werden, kriegst du natürlich ein paar mehr EP. Wenn sie nur gesichtet werden, kriegst du natürlich nicht so viel. Aber es zählt natürlich gleichzeitig auch noch viel T1. Deswegen mache ich jetzt mal hier, ja, ich würde mal sagen, drei Uns, werden noch voll bei den Sichten jetzt hier. Ich finde das mit dem Kaspers immer so eine schlichte Angelegenheit. Du kannst nebenher auch noch was essen. Guck mal, wenn ihr jetzt essen solltet und ihr spielt jetzt gar nicht, kriegt ihr ja keine EP. Und in der Zeit, wo jetzt, sag ich mal, die Drohne mit der linken Hand steuert und mit der rechten Hand könnt ihr jetzt meinetwegen den Döner essen oder so, da kannst du halt noch ein paar EP machen. Also deswegen ist es ein bisschen wie der Commander-Modus früher in Battlefield 4, ich weiß nicht, wie ich mich daran noch erinnern kann, da konntest du auch, sag ich mal, noch ein paar EP erfahren. Wenn du jetzt, sag ich mal, drei, vier Stunden gespielt hast und hast gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder mir ist das so anstrengend, aber ich möchte trotzdem noch ein paar EP bekommen, da bist du im Commander-Modus reingegangen und hast dort halt die Teammitglieder unterstützt mit Support-Kisten, mit so ein, ich glaube, da gab es ja noch so eine Rakete, die konntest du anfordern, ich glaube, Fahrzeuge und ein Scan und so weiter. Ich musste mir das selber nochmal anschauen, das ist jetzt schon seit einer längeren Zeit, wo ich nicht mehr da drin war. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine verkehrte Sache und ich finde, das mit dem Kasper ist ein bisschen ähnlich, natürlich kriegst du nicht ganz so viele EP, als würdest du den Commander spielen in Battlefield 4 oder jetzt in Battlefield 2, aber ich finde, es hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten, ne, also ein bisschen, oh mein Leute, ich habe ihn, ich markiere ihn schon für euch Leute und jetzt kriegt er nicht, oder was? Schieß den weg, Mann! Der hat jetzt zwei Leute niedergemäht von uns und nur einen dritten. Und jetzt ist er es down, obwohl er markiert war. Also, der war jetzt nicht schlecht, der, ne, der, ich habe jetzt den Namen gar nicht gemerkt.